Ist der Adressat dieses langen Balls. Macht er den? Er zieht in Richtung Tor zu finden. Mesut Özil. Das könnte was werden! Jetzt der Schuss! Das war eine richtig starke Rettungsstart. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Er steckt ihn durch. Versucht die Gasse zu finden. Den muss er machen. Da steigt er hoch. Er versucht den Ball in die Gasse zu spielen. Hinaus auf die Außenbahn. Nutzte die Chance! Und rüber auf den Flügel. Der wird doch nicht. Rüber nach rechts. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Douglas mit dem Ball nach innen. Ab in die Spitze. Ob er nach innen zieht. Und rein damit. Drill! Er versucht den Ball in die Gasse zu spielen. Er steckt ihn durch. Der Ball kommt durch. Und jetzt aber. Riesenmörder! Und nochmal. Der Ball ist ihm... Dicht gestaffelt. Genau das war das Problem. Deswegen hat der Torwart den... Er stand nicht hinabseits. Damit geht's wieder komplett von vorne los. Sie haben da... Rüber nach rechts. Der kommt direkt vor das Tor. Der Überzahl. Aber sie haben es nicht geschafft das auszunutzen. Ein Pass auf den Flügel. Er versucht den Ball in die Gasse... Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Sie haben es versemmelt. Genau. Auf die Außenbahn. Raus auf den Flügel. Und der Ball ist durch. Gut abgewehrt diese Flanke. Ab auf die linke Seite. Der Ball fliegt in die Mitte. Durch die Abwehr. Er bringt ihn! Und nochmal. Er versucht einen Lupfer. Er versucht den Ball in die Gasse... Allerdings wurde vertan. Das muss beim nächsten Mal besser werden. Ab auf die linke Seite. Ist das ein langer Ball? Das ist gelaufen. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Er steckt ihn durch. Ab in Richtung Tor. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Raus auf den Flügel. Und der Ball ist durch. Flanke. Pfosten. Er hält einfach... Ab auf die linke Seite. Durch die Abwehr. Er serviert ihn. Da treibt er den Ball weit vor. Ab auf die linke Seite. Ein sauberer Ball. Und... Kopfball. Lattentreffer.